Kann bitte mal jemand bei Shoyoka in den Chat gehen, Bescheid sagen, weil die Leute warten? Ah, der schimpft auch jetzt wieder mit mir, weil ich bin halt schon wieder zwei Minuten zu spät. Hallo, ich bin nicht zu spät. Ich will mir ganz kurz mal in der Cain-Pulli-Wingler hier, da. Au, weird flex, aber okay. Alter, wir spielen League. Das ist Team Team. Das ist quasi der Nachfolger von Spandau Entfernung und cool. Wer? Okay. Was? Wer? Nein, nein. Nein, nein. Wer hat gefragt? Moin Mädels, moin Jungs. Ja, heute schon mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Ja, ich war in League of Legends. Mit dabei sind Shoyoka, Hand of Blood, Kuschel, das bin ich, dann Johnny und Bahamut Barth. Das ist das Comeback des Jahrtausends. Und ich habe hier die extrem krassen Leute rangeholt und ich hoffe, ihr habt Spaß. Nervig Spaß. Hallo Shoyoka, hallo Hand of Blood, hallo Johnny, hallo Bahamut Barth. Hi, voll schön, ich kann es. Hallo, hallo. Hi. Wie heißt denn diese Blitz-App im App Store? Im App Store? Im App Store. Ja, ernsthaft. Meine Lehrer und Lehrerinnen haben früher immer gesagt, es gibt keine doofen Fragen. Du bist in der App, weil du die runterlädst. Da unten steht Download Free. Junge, du kannst nicht mal eins ordentlich schreiben. Maximilian. Ja, stimmt. Schon mal einfach auf Find Match klicken. Nein! Ich mache jetzt einfach mal grohn, scheiß auf Max, oder? Die Seite leckte mal im Internet Explorer. Was ist das hier? Junge, Internet Explorer? Verarschen! Oh mein Gott, jetzt ist die Pick-und-Bann-Phase los. Alex, mach geile Pick-und-Bann-Musik rein. Ist Tristana gerade viable? Ja, ja, klar. Ich muss was bannen. Was bann ich? Bann einfach irgendwas, was sie hässlich findet. Der war stark bei Arcane. Also Leute, Tristana oder Ash? Ash. Also die sind beide Dogshit, aber ich würde eher Tristana ein. Also wenn du es so aussprichst, möchte ich lieber Ash. Aber du musst doch bitte immer sagen, dass du mit Ash-Aero-Ready-Ready hast. Junge, was ist mit dieser Kack-App jetzt hier? Junge, du mit deiner Scheiß-Drecks-App. Die macht dich auch nicht besser. Ich habe eine Runenseite, die heißt Lux Pussyhunter. Was? Alter, was? Was ist das? Kann man mal machen. Ey, ich spiele doch nur League, um zu gewinnen. Ich bin Gewinner. Hättet ihr auf hier rein zu, das sag ich, nehm auf, ihr Penner. Ich lach aber auch echt herzlich darüber und hab nicht mein schlechtes Gewissen dabei. Geld. Ich hab ja meine 5 Millionen Subs. Guck mal, Feuerwehr-Tristana, die ist oldschool. Ja. Die ist oldschool. Das ist auch ein nice icon. Ey, Johnny, nur Stufe 5? Warum lade ich mir eine App runter, wenn die ingame? Bitte, geh mir doch nicht auf den Sticker jetzt mit deiner Drecks-App. Dann lad sie die doch auf dem Handy runter, mein Gott. Ja, aber ich dachte, die gibt es nicht. Ja, wenn es keinen App-Store gibt. Ja, dann bitte an alle da draußen, mach doch mal so eine App. An alle draußen. Du spielst den, den du nicht kannst. Den kann ich gar nicht, ja. Ich hab viele Spielverleger sehen, wo du den nicht kannst. Ja, ja. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Kalle, komm mal her. Schönen in Asschein. Warte, 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 warte. Hallo, ist das dein Ernst? Hallo, das reicht ja wohl. Was ist das für ein Jungler? Jungs, bisschen hier mal gegen. Ja, hier, hier. Ha, das war zu viel. Nein, das war zu viel. Nein, das war zu viel. Junge, ich kann nicht, wenn die mich pressuren. Du musst mal ein bisschen aufpassen. Du musst mal aufhören, hier so ein Larry zu machen. Wir haben ein erstes Spiel. Alter, Ganga. Es geht gar nicht, wir brauchen Gang. Oh, Hensel, die bekommen. Ja, dann wäre die tot. Oh mein Gott. Was, das kann der scheiße. Geh mir einen heftigen Slowpush. Einfach Fachwürter sein, das kommt immer gut. Er ist wirklich ein Slowpush, Digga. Ich brauche mal einen Gang, bitte. So, jetzt will ich aber hier mal sehen. Oh, der ist, raus, das ist ein Pferd. Ja, jetzt bin ich halt tot. Du bist halt tot, weil du reinspringst. Digga, ist das dein Ernst? Hast du jetzt deine Blitz-App installiert oder nicht? Jetzt mal ehrlich, ist das ein Placement, was ihr heute macht? Nein. Was ist denn mit euch? Ja, also, wir brauchen uns wirklich ein Gang. Aha, versprochen. Da kannst du mal irgendwie aus dem Teutoburger Wald rauskommen und hier Gang kommen oder was? Also, erst mal rette die Bäder, ne? Das ist schon mal wichtig. Alter, wir werden hier nur reingepusht. Die haben schon eine Platings. Ich habe keinen Bock mehr. Guck dir das an. Bitte land doch mal einen Hook. Junge, mein Ding ist zu kurz. Guck mal, wie sie hier steht, wie die uns sollen kamen. Kalle, hook die doch. Ich habe gerade gehookt daneben. Och nein. Ich kann da nicht rein, ne? Zack. Nö, alles gut, alles gut. Ich will aufgraben ein bisschen. Du musst raus. Bin ich. Und du pingst, um mich reinzubeten. Schöner Klick. Vor allem, ciao. Junge, das war eine Lüge, um mich reinzubeten. Hallo, wir reden gerade. Meine Aufnahme. Weil er nicht gangt, dann wäre ich auszauberst. Ja. Ich muss halt sagen, mein Stream war am Anfang so, Alter, was, wir spielen LOL. Dann war das Teamspeak zwei Minuten zu hören und dann war der Chat so, okay, ich liebe es jetzt schon. Oh Leute, übrigens, die Blitz-App, ne? Also ich meine ja nur, wenn ihr da einmal Bedarf habt, dann, oh scheiße, ich sterbe übrigens. Ey, hier ist Hackerim. Ich brauche Hilfe. Ey, wo ist eigentlich unser scheiß Jungler? Wo ist mein scheiß ADK, äh, ADC? ADK, ADK. Jetzt können wir alle bumpen. Alter, du machst ja schade. Sehr gut, Johnny. Da musst du jetzt hoch. Oh Gott! Max, mach ein paar Fahrern auf die Wand, äh, auf die Lane. Geil, wir nehmen Johnny hier alles weg. Was? Komm, wir machen den Frosch. Hallo? Ja, das ist kein Ruh. Alter, ist das dein Ernst? Hallo, ich bin unser Weg. Jetzt kommst du, wo ich keinen Hook habe? Aber die wissen es halt, ne? Ja, komm, lauf. Das ist halt so los, Liga. Könnte jetzt halt so ein Hackerim kommen und mich eventuell diven. Ja, super, haben wir einen Flash bekommen? Alter, wo willst du denn hin, Alter? Ich bin Marcel Darwales. Schwierig, ne? Also, dass wir auch nie gegankt wurden. Aber gerade war ein guter Gang. Also, ich kündige hier auf Twitter groß an, dass das LOL-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Comeback-Sehr. Ey, wie kann man so scheiße sein im Ganken? Ach so, es geht um mich? Ich dachte, ihr redet über euch. Du bist so kacke im Gang. Du spielst das jeden Tag, Johnny. Wie kann man denn zehn Jahre LOL spielen und so ein Mann? Mann, ey. Ich hab mich so für dich gefreut. Und mein Chat hat mich gefragt, was baust du da? So ein Jahrs, ihr F***. Boah, Alter, das war heftig. Lass ihn auf, wenn er will. Also, Johnny, wir haben jetzt zwei, nee, drei Lanes verloren und zwei Tower weg. Was machst du? Sonja, äh, Zett kommt zu dir hoch, glaub ich. Achtung, nee, der ist hier. Aber ich mach ihn jetzt Schaden. Ich darf mich so auf die konstante Johnny verlassen. Wir können den töten. Ja, ich bin ja auch damals, ne? Ja, merkst du selber, ne? Hier, komm in die Mitte. So, jetzt raus. Feinde ihn. Feinde ihn. Ja, Mann, ja. Ich doch. Aber ich hab keine Ahnung mehr. Und hier ist ein Hackerim. Da kommt ein Hackerim. Oh, du wirst gleich sterben. Da kommt auch ein Timo, der jetzt kommt. Also, jetzt kommt der praktisch. Nicht mehr raus. Ach, Mann, ey. So ein Blödsinn. Ich hab doch gesagt, beinde den. Hab ich doch versucht. Ich kann doch nichts dafür, dass ich scheiße bin. Ja, ja. Was ist das denn hier? Hä? Was ist das denn? Hä? Stimmt, der war ja sogar gebeindet. Was ist das denn? Der macht echt viel Damage, Kalle. Ich komme, ich komme, ich komme. Ah, ja, ja. Ich komme. Nee, nee. Ich bin da. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Doch, ich bait die jetzt. Los, los, los. So. Oh, ja, schönes Ding. Habste? Fuck. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Ryan, please fix your game. Ich versteh auch nicht, wie unser Jungler, obwohl das objective topside markiert ist, einfach nach unten passt. Also, das glaub ich dir, dass du's nicht verstehst. Also, ich find das nicht okay, dass du so toxic bist, Johnny. Wir sind alle so friedlich und ich weiß nicht, warum du jetzt so aggressiv bist. Bei mir geht's jetzt bergauf, seitdem Kalle weg ist. Oh Gott, was machst du denn, Kalle? Baited seinen Mana raus. Wir haben keinen Mana, Junge. Oh, schön, ja. Klasse. Oh, da ist noch ein Z. Ich bin tot, will nicht tot sein sein. Nein! Leider kein... Ult den doch. Ich habe kein Ult. Ich treffe nicht. Du Stück Kacke. Junge, jetzt fehlt der noch. Bitte nicht kill für Jin. Oh, gut. Zum Glück das Pferd gefeatet. Oh, geil. Oh, geil. Bart donated auch nochmal rein. Geil. 0-2-2. Wie kann sowas in der Analyseecke stehen? Hab ich damals immer zu hören bekommen. Aber hast du denn in der Analyseecke gestanden? Mein Leben lang, Junge. Ja, aber ich treff die nicht, Max. Aber ich hör dich auch nicht, weil die ganze Zeit alle anderen so schreien. Ja, ja, ja. Deswegen können wir hier keine Calls machen auf der Bühne, oder? Ja, dann ruf doch an, wenn du Calls machen willst. You used to call me on my cell phone. Mach mal nen Trick. Ich hab nen Trick gemacht. Guter Trick. Oh, geiler Trick, Junge. Der Trick ist so. Oh, shit. Der zweite Teil des Tricks hat mir weniger hochgefallen. Kriegt ihr die noch? Ich habe geklaut. Wieso bin ich? Oh, tschuldigung. Ich kann nix machen. Ich bin raus aus dem Game. Ich fühl mich wie Sola. Hier, der, der, der will. Ja, ich kann da nix gegen machen. Doch, ein Q. Warte, das auf Cooldown, Mann. Ich hab doch das andere gebeindet. Sehr gut. Schön, die sterben alle. Hinterher. Ulti, Ulti, Ulti. Ich hab keine Ulti. Warum? Was hast du denn? Ich hab die geultnied vorher schon. Na gut, muss reichen. Das ist ein Comeback of the Mumbags. Das ist doch... Ja, ich hab dir gesagt Teamfighten. Das ist doch cool. Oh, scheiße. Jetzt hört doch auf zu streiken, Freunde. Wir sind doch ein Team. Hier. Ehhh. Bitte versucht nachzudenken. Fährt? Nein, 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 nein. Das ist ne schlechte Idee. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Richtig useful. Du musst halt treffen. Ich bin nicht in Range. Du warst zu weit. Bitte triff mich. Wir brauchen einen Red. Okay, ich hab's da. Nein, nein, nein. Jetzt auch nicht den Gero. Sorry. Hätt's auch nicht gekriegt. Hehehe. Oh mein Gott. Ja, Bart. Hau auf. Auf den Weg, Junge. Was willst du denn von mir? Ich will nicht sterben, bitte. Juh, jetzt weiß ich, was Sola immer meint. Ei, ei, ei. Haha. Nein, da ist ein Set. Oh, ich hab Gold bekommen. Da ist ein Set. Keiner will den. Oh mein Gott, der ist fast tot. Let's go. Okay, go. Schnapp ihn jetzt. Hol ihn. Hol ihn. Ich bin noch im Weg. Ich hab ihn leider voll verkackt. Raus, raus. Nein, nein, rein, rein, rein. Ich hab ihn. Da kommt Set. Block, block, block. Juhu. Äh, 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 äh. Block, block, block. Das ist doch kein Support. Der Kills sieht nur mehr... Der findet den nur cool, weil der Kills macht. Oh, ich hab ne Ult. Alter, schöne Sache. Jeder Champion hat ne Ult. In 1,20 müssen wir fighten, okay? In 1,20 müssen wir beim Drake fighten. Ich fight nicht mehr. Du willst jetzt meine Hilfe, Johnny. Ich wollt 22 Minuten deine Hilfe. Gar nicht deine Hilfe. Ich weiß nur, dass er daneben steht und mein Händchen hält. Junge, ich spiel nie wieder Tristaner. So ein Haufen Scheiße. Bitte töte ihn, Bart. Wie soll ich ihn töten? Ich komm nicht ran. Ah, jetzt wird er auch noch schnell. Du hast ihn schon wieder rausbewegt. Jai, wir können Drache gleich nehmen, Freunde. In 20 seconds. Äh, ich hab ein Problem. Oh Gott. Warum? Weil der Set da hinter der Ecke schon wieder gelauert hat. Wir haben schon drei Drachen? Einen Hextech-Drachen? Müssen wir ein bisschen rausziehen, ja. Zieh raus. Pullout Game is strong. Also ihr müsst den jetzt... Irgendwer muss den jetzt bürst. Von der Seite kommt Timo. Was? Hast du keinen Smite? Oh, stark. Junge, hast du keinen Smite? Bin doch gar nicht da, Max. Du bist nicht da. Wir machen den Drake ohne den Jungler. Du hast selber gesagt, den 1,20 da reden. Ja, ich war tot. Wir sind hier nicht in der koreanischen LCS-Tig. Ich weiß nicht, wie die heißen. Gott, ich krieg Herpes im Arschloch. Ja, weiß auch nicht, weil er so redet. Mach was dagegen, das tut doch weh. Kannst du mir deine Aufnahme schicken? Nein. Das ist ja exklusives Material. Nein. Kalle, Kalle. Ah, der kommt, der kommt, der kommt. Und er tut weh, er tut weh, er tut weh. Ich hol ihn rein. Nein, er ist schon drin. Aber jetzt gibt's... Oh! Ja, aber erst in die andere Richtung! Töte ihn doch! Ich bin dumm! Nein, ich bin dumm! Du hast es verkackt, Johnny. Wir könnten jetzt nashen. Wir müssen welche holen. Kalle! Hol ihn! Der ist free! Der ist nicht free! Junge! Willst du mich komplett verarschen, oder was? Jetzt ist er free. Jetzt denk ich, ist er wieder free, würde ich sagen. Das Ding ist einfach, mein Bildschirm hat richtig viele Farben, aber ich seh nur Grauf. Nicht, nicht Green, Max! Alles gut. Nein! Gar nichts ist gut. Weißt du, wie du mehr siehst, Kalle? Mit der Blitz-App. Ich hab ihn! Ignite! Nein! Nein, warum lebt er noch? Doch, er ist tot! Jungle Difference. Jetzt könnt ihr langsam Sachen machen. Max ist wieder da. Nein! Oh, das ist nicht das... Doch, doch! Tötet ihn doch einfach! So! Oh, scheiße! Meine Ultu... So, wir können jetzt nash. Wir gehen jetzt nash. Kevin Nash? Kevin Nash. Nein! Da! Das! Das Ding ist nash. Also, der Set wird reinkommen und da wird jemand killen, aber das ist egal. Unser Name. Free Game. Komplett Free Game. Boah, Kalle, ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist. Wer das schafft... Ich port my back, ja. Okay. Rein da! Nein, du bist kalt! Ich bin tot! Grauer Bildschirm! Ich hab halt gedacht, du bleibst da mit ihm und dann hätten wir das baiten können. Ich bin getötet worden! Da müssen wir hin! Da müssen wir hin! Hast du versucht, den zu klauen, Max? Ich hab's gesehen. Ich bin da, ich bin da. 害f Jonny, helf Jonny! Help Jonny, helf Jonny! Ihr seht reinig, ihr müsst... Ich hab Cooldown, ich hab Cooldown. Er ist exhausted. Schönes Ding, mach dir easy. Ja, weiß ich nicht. Cooldown. Also find ich gut, dass wir mit dem Baron Buff... Na gut. In so einem Moment nicht mit dem Finger auf 1 zu zeigen. Aber wer kann denn Mensch, hätten wir gewonnen. Wär ich ein Mensch? Ja, da zu sterben, in der Situation. Johnny, guck mal im Chat. Das ist die Frucht deiner Arbeit, Johnny, im Chat. Da war eng. Ich lad das nicht hoch. Ja gut, dann halt die Schnauze. Ich mach das Video jetzt einfach zusammen. Das Video hört jetzt einfach auf. Tschüss.